Welcher Fortnite-Skin bist du? Um das herauszufinden, lass ein Like da und mach dich bereit. Denn in diesem Video wirst du über 100 verschiedene Fortnite-Skins sehen und einen ultra seltenen, den nur 0,01% der Leute kriegen. Kannst du es schaffen, den zu kriegen? Um herauszukriegen, welcher Fortnite-Skin du bist, pausier einfach das Video an irgendeiner Stelle. Ihr könnt zum Beispiel irgendeinen Schwitzer-Skin kriegen, der euch overbuildet und irgendwie boxt und komplett fertig macht. Oder ihr findet einen OG-Skin, den es seit Season 1 gibt. Oder ihr findet irgendeinen Meme-Skin, der irgendwie nur trollt oder irgendwie lustige Sachen macht. Oder ihr findet den seltensten Skin der Welt, den Rainbow Sky Trooper. Aber welchen Skin habt ihr jetzt bekommen? Schreibt es mal bitte in die Kommentare und lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wäre sehr lieb.